Herzlich willkommen beim zweiten SEO-Driven Roundtable. Ich freue mich, dass wir heute wieder zwei illustre Gäste haben. Die erste Ausgabe kam ja sehr gut an. Wir haben auch einiges Feedback bekommen. Ihr seht, das Setup ist ein bisschen geändert. Wir freuen uns natürlich weiterhin über Feedback. Wir haben heute zwei Gäste und ein Schwerpunktthema. Das Thema ist SEO und vielleicht auch Online-Marketing und Strategie im Reisebereich, in der Tourismusbranche. Und da haben wir einmal den Konstantin Rehberg auf der Anbieterseite, der bekannt geworden ist als SEO und Vordenker, Digital-Marketer bei AO Hostels, mittlerweile bei Price Hotel, Chief Digital Officer ist, richtig. Mit dem werden wir über die Herausforderungen gleich mal sprechen, was so in der Welt Booking.com los ist. Und auf der anderen Seite haben wir den Maximilian Moore, sozusagen der Vertreter der eher contentlastigeren Publisher-Seite. Du hast Erfahrungen, die du mitbringst von Axel Springer und auch von Urlaubspiraten. Da schauen wir gleich mal, was da die Herausforderungen sind, wenn man sich von der Content-Seite dem ganzen Thema widmet. Und im dritten und letzten Teil soll es dann darum gehen, dass eigentlich der größte Wettbewerber vielleicht sogar Google selbst sein wird mit den eigenen Produkten. Aber dazu dann später im dritten Teil. Okay, Konstantin, kommen wir erstmal zu dir und der Anbieterseite. Du bist ja sozusagen Hotelvertreter, Hotellerie-Experte. Hast dich auch schon das eine oder andere Mal aktiv in der Presse gemeldet zum Thema Booking.com. Wenn wir mal hier so schauen, ich habe mal verglichen, AO Hostels, Price Hotel und Booking.com. Wie sieht das denn aus? Im Prinzip Booking.com ist ja eigentlich so eine Art Monster, was sich aus den ganzen kleinen und großen Hotels speist, diese dann automatisch mehr oder weniger kannibalisiert und dadurch zur Übermacht wird. Wie kann man sich dagegen wehren oder wie soll man damit umgehen? Also es sind ja ganz viele Fragen in einer Frage verpackt sozusagen. Für uns ist das natürlich schon ein großes Thema, darauf zu schauen, was macht Booking da eigentlich. Und neben dem, was du jetzt angerissen hast, geht es eben bei Booking auch immer mehr um das Thema Ferienwohnungen. Und da werden jetzt unglaublich viele Produkte auch noch mit gesourcet, wenn man das mal so sagen will. Das ist unglaublich krass. Und ich würde auch mal so sagen, dass Booking tatsächlich erst seit so drei, vier Jahren wirklich strategisch SEO auf der Pipeline hat. Also man hat vorher gesehen, dass natürlich immer, allein durch die schiere Größe gab es da super viele Rankings, aber es war jetzt nicht so rein strategisches Thema. Das sieht man ja auch an dem Sichtbarkeitsverlauf, den du jetzt mal aufgemacht hast. Da spiegelt sich das ja ganz gut wider. Da sieht man ja so irgendwie ab 2013, 14, 15 ging es irgendwie los und ab 2017 geht erst so die Kurve richtig nach oben. Und worauf wir da immer ganz genau schauen oder worauf eigentlich auch jedes Hotel ganz genau schauen sollte, ist eigentlich, woraus speisen sich eigentlich diese Rankings? Also ich sage mal, wenn wir jetzt über organische Rankings an der Stelle reden, dann hat das alles seine Daseinsberechtigung. Wenn wir jetzt in den Bereich schauen, der Marke, also wie heißt eigentlich mein Hotel? Bei uns in dem Fall halt Price Hotel in Kombination dann mit der tatsächlichen Location. Also die Hotels haben bei uns dann immer einen Ortsnamen in Kombination mit der Lage, also meinetwegen Price Hotel Hamburg City, was dann für uns auch eine Marke ist, die wir auch so anmelden. Und da ist natürlich die Conversion am Ende des Tages am höchsten, weil das sozusagen der letzte Punkt im Conversion-Funnel ist. Und da ist das strategische Interesse vom Booking natürlich wahnsinnig groß, einfach dort zu ranken, gecovert noch durch eine Ad-Schaltung, also da dann irgendwie den ganzen sichtbaren Bereich abzugreifen. Brand-Bidding. Brand-Bidding, großes Stichwort. Und das ist tatsächlich der Bereich, wo wir da ganz genau drauf schauen mit allen Partnern, mit denen wir zusammenarbeiten oder auch potenziellen Kooperationspartnern. Wie verhält sich da eigentlich so ein Partner? Und ist es da nicht so, dass ich quasi oftmals die Rankings des jeweiligen Partners auch mitfinanziere? Also wenn ich bei Booking einfach schaue, dann ist es schon so, wie ich gerade sagte, dass das strategische Interesse von Booking wahnsinnig groß ist, einfach diese Rankings einzunehmen. Und das finanziere ich ja quer. Und die SEO-Conversion ist ja nach wie vor der günstigste Kanal. Und wenn es dann eben noch einen Brandbezug hat und die Conversion-Rate irgendwie im zweistelligen Bereich ist, dann ist das eben wahnsinnig. Und ja, da sollte man halt schon sehr genau drauf schauen. Und jetzt seit, oder gut, ich weiß gar nicht, wie groß jetzt Price Hotel ist. Das ist ja ein bisschen so ein Start-up in dem Bereich. Ihr wachst noch sehr stark. Bei AO Hostels war das, glaube ich, schon deutlich weiter jetzt von der Standortzahl. Aber vielleicht kannst du ja mal darauf eingehen, welche Möglichkeiten haben denn jetzt Hotelketten, sich da aufzustellen? Und dann vielleicht auch in Abgrenzung, was soll denn jetzt so ein kleines Familienhotel in Hamburg an der Alster machen, die jetzt keinen Chief Digital Officer haben und eine Entwicklungsabteilung und vielleicht eine Online-Marketing-Abteilung? Ja, du hast ja schon so ein bisschen angekündigt, auch bei Price Hotel. Also die Besonderheit ist wirklich, wir haben jetzt vier Hotels auf, aber bis nahezu 20 weitere Verträge unterschrieben. Und das, was da alles auf uns zukommt, das ist ja sozusagen Zukunft, die wir jetzt vorbereiten. Deswegen haben wir bislang auch dem Thema SEO noch nicht so die mega strategische Bedeutung beigemessen. Das ist jetzt das, was wir gerade aufbauen. Und deswegen beschäftigen wir uns halt auch genau mit der Frage, die du gerade gestellt hast. Und ich glaube, so diese Reihen wirklich mega organischen Keywords, also jetzt Hotel Berlin, Hotel Hamburg, da hast du als einzelne Brand oder als einzelne Kette kaum eine Chance. Einfach auch, weil deine einzelnen Signale, die du an Google zurückgibst, in der Regel viel zu schlecht sind, weil du nicht diese breite Auswahl hast, auch nicht haben kannst. Bei ganz großen Ketten sieht das noch ein bisschen anders aus. Die ranken dann oft aus anderen Gründen nicht, weil sie einfach strategisch nicht gut aufgestellt sind. Und bei kleinen Einzelhotels ist der große Vorteil, dass die meistens ja einen Themenschwerpunkt haben. Also es gibt super viele Hotels. Wir waren jetzt gerade zwei Tage in Amsterdam auf so einer Experience-Tour und haben uns da nochmal ganz viele Hotels angeschaut, auch wie die so ihre Story erzählen. Und auch in Deutschland ist es ja so, dass jedes Hotel seine eigene Story hat, was man so als Gesamtkonzept für eine Geschichte erzählt. Der eine beschäftigt sich ein bisschen mehr mit Musik, der andere mit Familie. Und so hat jeder so ein bisschen seinen Schwerpunkt. Und ich glaube, daraus leitet sich dann auch die ganze Marketingstrategie ab. Also zum einen natürlich der ganze Part Social Media. Zum anderen lässt sich daraus aber auch furchtbar gut dieser ganze SEO-Part einfach streuen. Also ich muss nicht auf diese mega großen Keywords gehen, auf die alle rumrammeln so. Aber es bieten sich halt furchtbar viele Lücken. Und wenn ich die kenne und weiß halt, was mein Konzept ist, und das ist ja auch in der einzelnen Stadt relativ unik in der Regel. Und daher geben sich schon strategisch ganz coole Möglichkeiten. Und im Brand-Bereich, wie kann ich mich jetzt diesen übermächtigen Partnern, die ja auch um ihre Power, die sie haben, dann eben durch Rankings wie bei Hotel Berlin und so weiter oder Hotel Hamburg, da will ich ja dann schon auch was von abhaben als Hotel. Und die versuchen mich aber ja auch in ihre Verträge so reinzudrängen. Rabattaktionen habe ich mal viel drüber gehört bei HRS, glaube ich, und Hotel.de. Also die versuchen mich ja dann da schon auch als kleines Hotel und als Client-Player wahrscheinlich in so einen Vertrag reinzudrängen, wo sie mehr oder weniger machen können, was sie wollen und mir dann auch meinen Brand-Traffic wegnehmen. Ja, also Booking zum Beispiel und auch HRS, die arbeiten mit ihren generalisierten AGBs, die bis zu einer relativ hohen Größe auch für Hotels gelten. Was ganz witzig ist, vor ein paar Tagen hat Booking.com eine Erneuerung der AGB announced, die auch Hotels gestattet auf die Marke Booking.com Brand-Bedding zu betreiben. Warum auch immer, kann man sich jetzt einen Teil dazu denken, warum sie das gestatten, aber das ist ganz witzig. Und umgekehrt ist das ja genauso. Also zum einen gibt es jetzt die Booking.com AGB und dann gibt es ja aber in Deutschland ein relativ starkes Recht, was eben das Thema Markenschutz gewährleistet. Und da ist es völlig großenabhängig, wie groß oder klein ich jetzt bin. Da das Thema Brand-Bedding für mich als Marke, sofern ich meine Marke sauber angemeldet habe und ich jetzt nicht so eine super generische Marke habe, wie Hotel Berlin Berlin oder so, also dann kann man das aus Bestandsgründen manchmal noch anmelden, aber da wird es halt dann manchmal auch schwierig. Aber sofern ich die Marke sauber angemeldet habe, gibt mir das deutsche Recht eben die Möglichkeit, einfach auch kostenneutral mit Markenanwälten dagegen vorzugehen, weil in der Regel dann derjenige, der dagegen verstößt, ja auch die Abmahnung bezahlt. Und so kann man sich da tatsächlich ohne jetzt großen Kostenapparat auch ganz gut gegen verteidigen. Das ist eben natürlich immer nur ein Thema, was, ja, es ist halt Aufwand und man muss sich mit der Sachlage beschäftigen, klar, und man muss auch ein gewisses Standing haben und sagen, ja, ich ziehe das jetzt mal so durch. Wenn du Hotels hast, die eben einen Vertriebsanteil 80% Booking.com haben, dann ist das Verhältnis nicht mehr auf Augenhöhe, ja. Und wenn ich erstmal jetzt Hotel in dieser Lage bin, dann ist es halt ein bisschen schwieriger zu sagen, ja, ich ziehe da jetzt mal durch, weil was ist die Konsequenz? Die Konsequenz könnte immerhin sein, dass man da einen Struggle mit Booking hat, was meiner Erfahrung nach aber gar nicht vorkommt. Und jetzt gibt es ja neben Booking, wir haben schon ein paar angesprochen, noch ein paar andere Player. Soll man da jetzt überall mitmachen oder wählt man da besser aus, weil man ansonsten vielleicht irgendwann komplett unter die Räder kommt? Genau, also wir haben uns dazu entschieden, wirklich den Kreis, mit dem wir zusammenarbeiten, ganz, ganz clean zu halten. Und wenn wir jetzt mit, also wir arbeiten tatsächlich nur mit Booking.com, hrs und quasi uns selber als Vertriebskanal zusammen. Das ist die ganze Palette, die wir bedienen. Es gibt jetzt in dieser Welt irgendwie 500 weitere, mit denen ich noch zusammenarbeiten könnte, aber all die stürzen sich ja auf den gleichen Traffic-Kanal. Alle wollen Traffic von Google haben, alle wollen Traffic von Trivago vielleicht noch ein bisschen haben. Und ja, am Ende erzeuge ich da nur Wettbewerb um meine eigene Marke. Und deswegen haben wir uns dazu entschieden, das halt super eng zu halten und haben uns auch dazu entschieden, überhaupt keine Rabatte zu gewähren. Also du wirst im Internet keinen Price-Hotel-Rabatt-Code finden. Einfach aus dem Hintergrund, dass die Wahrscheinlichkeit, dass jemand sich diesen Rabatt organisiert, auch wenn er trotzdem buchen will, halt super hoch ist. Deswegen haben wir uns dazu entschieden, einfach zu sagen, der Preis ist bei uns der Preis. Einfach faire und klar kommunizierbare Preisstrategie. Wegen dann so ein bisschen ab und sagen, Booking.com hat einen bisher einen höheren Preis aufgrund der Kommission, die wir bezahlen müssen, als das bei uns direkt der Fall ist. So stufen wir das ein bisschen. Aber das ist die andere Strategie. Da machen die mit, ja. Weil oft wirbt ja so ein Booking auch mit Same-Preis überall. Sie haben bei uns keinen Nachteil. Und dann kriegt man, ich habe jetzt gerade wieder in UK was gebucht über Booking.com, war jetzt eine Ferienwohnung. Aber sofort in der Nachricht stand dann drin, ja, und hier, wenn Sie noch Fragen haben, gucken Sie doch mal auf unserer Website vorbei. Und übrigens, wenn Sie nochmal wiederkommen, dann können Sie bei uns direkt buchen, ist es viel günstiger. Und das kam über das Booking.com-Messaging-System, ja. Habe ich mich schon ein bisschen gewundert. Also inwieweit machen die denn da mit mit dieser Preisstrategie? Also es gab, auch das hat ja einen juristischen Hintergrund tatsächlich. Und es gab ja ursprünglich die Entscheidung, dass ich als Hotel oder als Kaufmann ja erstmal eine Preishoheit habe. Jetzt ist das wieder gerichtlich gekippt worden und die Rechtslage ist wieder so ein bisschen ungewiss. Keiner weiß, was quasi auf der Rechtsseite los ist. Das muss ich jetzt erstmal wieder neu finden. Aber tatsächlich ist es ja im Verhältnis auch einfach, was habe ich für ein Verhältnis mit Booking.com und wie kläre ich das mit denen? Und die machen das schon mit. Also da habe ich auch mit allen anderen Hotels, mit denen ich so Kontakt habe, wir sind da, kann man fast sagen, ein Zehner so relativ gut vernetzt, immer wieder gehört, dass es da, einfach wenn ich das sauber regle und sauber mit Booking bespreche, dann gibt es da auch diese Möglichkeit. Dann haben wir beim letzten SEO-Driven Roundtable gehört, du musst zur Destination werden, sozusagen der letzte Punkt in der Customer Journey. Du musst die Conversion machen. Wenn du jetzt nur so ein Durchlauf aller Hitzer bist, nur der Preisvergleich oder sonst sowas, dann hast du Nachteile. Ich meine, das müsste doch eigentlich für die Hotels sprechen, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist ja Booking.com auch direkt schon der letzte Conversion-Schritt. Gibt es da Abgrenzungen in dem Markt? Entwickeln sich alle Anbieter auch die Preisvergleiche in die Richtung? Wie entwickelt sich das da? Ja genau, ist ja erstmal die Frage. Früher hat man als Hotel immer gesagt, ich habe ja das Bett und das verkaufe ich und deswegen ist mir relativ egal, was online passiert. Es gibt auch immer noch Hotels, die dieser Meinung sind. Aber dieses Phänomen, was du gerade beschreibst, ist halt tatsächlich erstmal zu schauen, wer ist eigentlich der größere Teil der Journey quasi. Und sowohl Booking als auch Airbnb, Expedia und so weiter, die versuchen sich ja so zu positionieren, dass sie der größere Teil der Journey sind und das Hotel quasi nur noch Übernachtungsdienstleister. Und wenn man sich jetzt mal Hotelkonzepte wie... Wie bei Uber und Co, ja? Irgendwann werden die noch umgebrandet möglicherweise. Ja, definitiv. Und wenn man, also genau das passiert gerade, es gibt eben dieses Konzept aus Indien, Oyo, die einen ganz spannenden Weg gehen und sagen, wir versuchen möglichst viele Bestandshotels in unsere Markenwelt zu holen. Gar nicht jetzt aus Franchise-Gesichtspunkten, sondern versuchen einfach da möglichst viele Hotels anzuschließen. Und die sagen eigentlich, wie das Bett aussieht und welche Farbe das Bett hat, das ist gar nicht so wichtig für uns. Für uns ist entscheidend, dass das richtige Logo an der Tür hängt und wie wir diesen ganzen digitalen Funnel bedienen. Und das ist halt das ganze Online-Marketing-Thema. Im Tourismus, in der Hotellerie geht halt immer mehr über zu den Plattformen. Und da kann man eben das Hotel nicht mehr sagen, ja, ich habe ja das Bett und deswegen bin ich quasi das Ende der Conversion. Da muss man sich schon sehr gut positionieren und auch ein richtiges, gutes Konzept halt finden. Nun endet die Journey ja nicht zwangsläufig immer nach der Buchung, sondern es geht ja dann auch noch weiter. Und ich glaube, da habt ihr auch ein paar spannende, innovative Ansätze. Wie wichtig ist denn CRM, Digitalisierung, dann am Bett den Kunden an die Marke binden, was ja immer schwerer wird? Ja, was kann man da machen als Hotel im digitalen Bereich? Ja, super wichtiger Punkt. Und wir versuchen das tatsächlich über Convenience zu lösen. Also großes Beispiel ist eben dieses Thema Check-in, Check-out. Und wir schauen jetzt nicht einfach, wie kann man jetzt quasi den Check-in einfach von einer analogen Welt auf eine digitale übertragen. Wir stellen halt zwischendurch immer nochmal die Frage, ist das das, was der Kunde eigentlich will oder will nicht der Gast vielleicht gar kein Check-in haben? Will der einfach automatisch von der App eingecheckt werden? Und das sind die Fragen, die wir stellen. Und da versuchen wir dann, technische Lösungen zu entwickeln und gehen dann den Weg, dass wir sagen, wir müssen in der Lage sein, diese Lösung auch selber zu entwickeln. Also arbeiten dann nicht mit externen Partnern zusammen, die eben vorgefertigte Konzepte und Lösungen an den Markt bringen, sondern wir sagen, das müssen wir selber entwickeln und selber programmieren, damit wir das auch in der Hand haben. Aber nochmal, das ist für uns ein super starker Convenience-Faktor. Also wir versuchen wirklich einfach, diesen ganzen Prozess zu vereinfachen, smart zu machen und dich dann auch zu überraschen und dir Erlebnisse zu bieten, die du so nicht erwartet hast. Also das versuchen wir dann ganz klassisch am Frühstück zu machen, dass wir sagen, wir haben bestimmte Elemente am Frühstück, die du so nicht erwarten würdest. Und damit überraschen wir dich dann positiv. Das ist jetzt nur ein Beispiel, da versuchen wir ganz, ganz viele von zu liefern. Aber das ist so unsere Herangehensweise an das Thema. Vielleicht nochmal zurück an den Anfang der Journey und zum Thema SEO auch. Wie siehst du denn da die Verteilung? Ist das sozusagen die meiste Nachfrage, jetzt Hotel Berlin, München, Frankfurt, Hamburg und wenn man jetzt irgendwo in Darmstadt oder, mir fallen gar keine kleinen Städte ein, weiß ich nicht, unter Pusemuckel ist, ist das überhaupt noch ein Markt? Wächst dieser Markt? Schrumpft dieser Markt? Hat man da vielleicht auch durch den Standortvorteil dann vielleicht doch auch nochmal mehr einen Vorteil, weil vielleicht auch Booking.com eben nicht diese überragende USP-Experience hat, weil es halt nicht 378.000 Betten gibt in Unterpusemuckel? Ja, definitiv. Und es gibt auch ja Netzwerke in den einzelnen Städten. Also je kleiner die Stadt ist, desto stärker ist eigentlich das Netzwerk der Hoteliers vor Ort. Und da gibt es dann immer auch so, also eben auch bestimmte Effekte, die anders sind als in der Großstadt. Also wenn du in der Großstadt den Effekt hast, dass die Hoteliers sagen, wir wollen jetzt einen stabilen Preis einfach bieten und nicht uns die ganze Zeit mit Preisdumping unterbieten, dann wirst du, je größer die Stadt ist, immer den Effekt haben, dass einer sagt, ja klar, jetzt mache ich es erst recht. Und da bieten kleinere Städte schon besondere Attraktivitäten. Und wenn ich jetzt eine Stadt habe, wie wir machen zum Beispiel Ende des Jahres in Erfurt auf, dann ist eben die Wahrscheinlichkeit, dass wenn jemand organisch nach irgendwie einem Produkt wie Hotel Erfurt sucht, dass ich das habe, was der braucht, die ist halt viel, viel höher als in Berlin. Weil in Berlin hast du eine unglaublich große Fläche. Und die Wahrscheinlichkeit, dass ich jetzt mit meinem Hotel genau da bin, wo du nach Berlin willst, die ist halt quasi ja fast null. Weil es ja nicht mal ein Stadtzentrum richtig gibt. Und das haben ja viele Städte in ähnlicher Art und Weise. Und deswegen sind eben diese sogenannten B-Städte, alles, was jetzt, ich sag mal, unter 500.000 Einwohner hat, oder so Größenordnung ab 750.000 und drunter. Das hat dann schon eine besondere Attraktivität, sich da positionieren zu können und auch gut positionieren zu können. Sagen wir mal, ich würde jetzt heute ein Hotel gründen und ich habe erst mal nur die Chance, über Google da ranzukommen. Wie würdest du vorgehen? Was wären so deine drei Tipps, um nicht komplett unterzugehen? Also kommt jetzt erst mal super stark darauf an, wo dein Hotel gelegen ist. Nehmen wir mal an, du machst das jetzt hier in Berlin auf. Lichterfeld ist, glaube ich, hier Stadtteil, ne? Hohenschönhausen. Hohenschönhausen. Also jetzt nicht unbedingt Berlin-A-Standort für den Hotel. Wir sind in der Nähe vom Ikea. Ja, genau. Also Schritt 1 ist, glaube ich, erst mal, dass du wirklich dein Konzept und deine Story definieren musst, um zu sagen, wie willst du dich da positionieren, was ist auch deine Zielgruppe. Und du musst ja mehr oder weniger von Tag 1 an deine Miete bezahlen können oder zumindest deinen Investor befriedigen können. Das heißt, du kannst nicht mit einer Strategie starten, die erst in zwei Jahren funktioniert. Du musst mit einer Strategie starten, die dir sofort die Betten voll macht. Das heißt, du musst über die bezahlten Anzeigen bei Google de facto gehen, wenn du jetzt nur mit Google zusammenarbeiten willst, das heißt, du musst die normalen AdWords bespielen, du musst aber auch die Hotel-Ads bespielen und dann musst du schauen, dass deine Marke einfach auch ein großes Suchvolumen generiert und musst irgendwie den Google Orbit verlassen und musst halt schauen, wie generierst du Suchnachfrage auf deinen eigenen Brand. Das schaffst du nicht nur über Google. Influencer beschimpfen, habe ich so in den UK gesehen. Ja, alles Mögliche. Also einfach irgendwie News und Nachfrage generieren. Da gibt es ja verschiedene Strategien. Wir zum Beispiel für unseren Teil gehen da sehr stark über die lokale Presse, weil wir eben auch ein sehr businesslastiges Hotel sind und im Bereich Business ist es eben so, dass viele Übernachtungen von den Firmen vor Ort kommen und deswegen ist es für uns wichtig, lokal präsent zu sein und da gehen wir stark über die Presse. Okay, cool. So viel vielleicht erstmal zum ersten Teil des zweiten SEO-Driven Roundtable zum Thema Tourismus. Im zweiten Teil wird es dann um die andere Seite gehen, nämlich die Publisher-Seite mit dem Maximilian Moore. Also bleibt dran, abonniert, subscribt hier bei YouTube, was ihr am Anfang gesehen habt und dann sehen wir uns im zweiten Teil bald wieder.